Unser Glück oder Unglück wird niemals von einer einzigen Person bzw. Situation verursacht. Wenn wir verstehen wollen, was uns widerfährt, müssen wir uns um eine ganzheitliche Rechte der Dinge bemühen. Wir sollten unser Verständnis der Wirklichkeit erweitern. Ziel ist es, die Vielzahl der voneinander abhängigen Ursachen und Bedingungen zu erkennen, die zu einer bestimmten Situation geführt haben. Sobald wir dies verstanden haben, hat es keinen Sinn mehr, beispielsweise einen Menschen für eine Situation verantwortlich zu machen, die uns Schmerz bereitet. Wir müssen lernen, dass Aussagen wie »Es ist seine Schuld« oder »Die Umstände sind dafür verantwortlich« keinen Sinn haben. Diese Art der Wahrnehmung ist irreführend. Wir sind allein verantwortlich für das, was uns widerfährt, sei es nun gut oder schlecht. Das ist das Gesetz des Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das für alle Erscheinungen gleichermaßen gilt. Dies zu verstehen und zu akzeptieren, trägt zur Entwicklung geistigen Friedens bei. Dies zu